So einer, einen habe ich jetzt gesehen, einer landet ganz weit im Westen, okay ich habe jetzt bis jetzt nur den einen gesehen, ich versuche jetzt mal auf dem Häuserblock zu kommen, dass ich hier wieder so abgeschottet von euch bin, ey, wie wer es, was soll ich denn sagen, mal die Tür, toll, ein 8x Sucher, wäre klasse, was soll ich mit einem fucking 8x Sucher, ja auf irgendeine Waffe montieren, am besten auf einer Pistole, ja klar, normal Digga, also wenn du damit das Chicken Dinner holt, ja, warum das, ja, der Server ist total leckfrei, ja, vor allem die Türen sind ganz toll, ja, also ich habe hier Stufe 2 Rucksack, Ich habe hier einen Whisky, der ganz gut schmeckt, Motorradhelm, das ist ja nicht mein Problem Haben wir da, ja, eine Pistole, immerhin Ja, die weiß, dass ich unter Alkohol so Höchstleif so auf hoch fahre Hallo Tür, Mann ey Da leckt es, dann drückst du zweimal und plötzlich ist sie offen und knallt die aber wieder vor dem Gesicht zu Es geht nicht mehr Anbauteile, aber das war es dann auch Ich habe schon ein Schnellwechselmagazin für ein Sniper Rifle Und das ist gut, ja, das braucht jeder, das muss jeder unbedingt so mitnehmen So, ein erweitertes Pistole-Magazin Wir können uns sogar ein bisschen Zeit beim Luten lassen Ja, wir sind schön in der Zone, ja, Schrotze Warum denn nicht? Er ist, mich irritiert das jedes Mal Man hört, wie sechs Patronen in die Schrotflinte geladen werden und trotzdem sind nur fünf drin Wer mal drauf achtet, ja Ein Glück achte ich nicht auf sowas Also da habe ich auch besseres zu tun Eine tollene Mikro-Utzi Besser als nichts Ne, ich habe eine Schrotze, ich mag die Utzi nicht, mit der treffe ich gar nichts Ich war euch nebenan im Haus, deswegen habe ich so, ich dachte gerade, oh Gottes Willen, in meinem Haus ist jemand Nein, es war nebenan Vierfachsucher Und das passt perfekt zur Schrotflinte Ja, noch ein Vierfachsucher, ja man Läuft Ah, da haben wir jetzt was passendes für Ein M4 Ne, M16, aber ist egal 16 benutze ich mittlerweile als Sniper Jo, es geht ganz gut Was ich sagen muss, also Naja, welche hatte ich die Tage die SKS, die ist schon saugeil Ähm Ne, das kommitiere ich jetzt mal nicht Dann magst du mich nur nicht mehr So, jetzt gehen wir mal aufs Dach So, jetzt gehen wir mal aufs Dach Wo? Keine Ahnung, ich habe bloß eins Oh oh Wat? Oh oh Zeig nicht, oh 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 Spricht dich aus, Mädchen Oh oh Meine F*** She's scared She's fucking scared Oh scheiße, ein Auto He's scared He's scared What the f*** is going on here? Here where I am In who I am Ach egal Hier wo ich bin So, die Tür hat sich endlich mal aufgepackt Ich renne Was ist denn los bei dir? Äh Sie hat Gegner Ich hab ein ganzes Auto mit Gegnern Mensch, Julia, was machst du? Äh, ich komm mal, Herr Scheiner Hallo, Tür zu! So, jetzt aber I'm very scared Very 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 Rucksack Stufe 1 Pistolen Ja, Rucksack Stufe 2 Erweiterte Schnellwechselmagazin Für ne Wumme Will ja nur noch die M4 Moni Meine Nass ist gerade angesprungen Das bedeutet, mein interner Speicher ist voll Äh Äh In mir glaube ich, hier hat schon jemand gelootet War schon Einigen Stellen Na, ich mach dringend mal M4 Moni Also 556er Hab auch ein Glück heute, ey Also, wenn einer noch ne 2 was braucht Hier sind welche Wohohohoh Äh, da ist einer auf dem Dach oben Welches Dach? Äh, wenn ich Richtung Süden gucke Das müsste ziemlich, äh Bei euch Richtung Osten sein Da ist gerade wieder reingelaufen Haus mit grünem Dach Ich würde mich wundern, wenn sich Himmelsrichtungen plötzlich verändern, aber Ne, weil ihr seid so weit vorne Oh, spiele ich ne Mini? Weiß ich nicht Spiele ich ne heute mal ne Mini? Und bin mir die Mini so völker schlecht Ach Ach Oh, jetzt höre ich auch ein Auto Ihr bestimmt Oh, jetzt höre ich auch ein Auto Oh, jetzt höre ich auch ein Auto Ja, natürlich Ja, natürlich Ja, natürlich Schau mal aus mich, Alter Echt, verdammt Echt, verdammt Schaff Oh, da Straße Auto Geht's mal Geht's mal Hilf'n? Bei dir da hin? Mates sehe ich keine Ja, okay Ja, okay Mates sehe ich keine Ja, okay So, jetzt habe ich eine Scar und eine M16. Welche sind eigentlich besser für Distanz, Scar oder...? Ja, Versuche. Brauchst du einen? Ja, hab ich. Ich hab zwei. Fangen wir jetzt Auto. Ah, Vorsicht Jenny, ich bin bei euch im Haus. Ja. Hier gibt mir eine Scar. Ah, noch eine. Der Zweier bist du. Der Zweier habe ich auch gerade gefunden. Dann für ein Auto. AKM? Spielt eine AKM? Ne, ne? Ne. Okay. So cool. Erschreckt mich nicht auch. Äh, okay. Alles okay? Ja, ich versuch's. FUGGY 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 FUGGY! Oh nein! Mann, Bäcker. Was denn? Mir schreckt. Mir schreckt. Haben wir eigentlich jetzt einen Plan, oder? Der Plan los. Der Plan los. Wir brauchen einen Plan. Äh, ich frag noch. Ja. Oh. Oh. Ist das... Ist das... Wo war das Auto... Was hier irgendwie durchgeprescht ist? Das steht hier vorne. Also sind die Gegner noch irgendwo hier? Ja, die RON ist gewonnen. Eine Pfanne. Ich hab auch eine Pfanne. Ja. Ja. Wer will uns aufhalten? Immer noch in der Zone? Immer noch? Ja. Ja, wir haben... Wir haben extreme Zone im Vorteil. Jasnaja. Oh, Gottes Willen. Jasnaja. Doppel-Dreifach-Zone. Äh. Äh. Die kommen alle hierher. Ja. Deswegen sollten wir das mal weg hier. Sollen wir uns vielleicht mal treffen alle? Hat irgendjemand ein Sniper-Anbauzeug? Oh, wird noch jemand ein M4? In der Kirche liegt eine M4. Da ist ein Sniper-Anbauzeug. Ich hab ein Schnellwechsel-Magazin. Das würde ich schon mal nehmen. Mann, diese verpackten Türen hier. Nee, ich bin über dir. Zwei-Fach-Sucher. Ja, wie gesagt, ich hab noch ein Vierfach-Sucher, wenn du willst. Jeder Drei. Okay. Weil... Ich komm mit einem aus... Oh, darf ich da bei der Muni? Okay. Braucht noch jemand von euch einen Zweier-Rucksack? Äh, brauchst du was davon? Äh... Kommt drauf an. Ja, Muni würde ich begrüßen, weil ich hab ziemlich viel AK-Munition mit aber keine AK. Braucht irgendjemanden AK-Muni? Nee. Das war mal einseitig. Das war mal einseitig. Hast du 5... 6er oder 9mm? Ja, wie viel hast du denn bei der 5,56er? 120. Ja, vielleicht kannst du... Nee, ich hab selber 90. Patsch schon. Ja? Da würde ich dich nicht noch ausnehmen auch hier. Du kannst von mir was sagen. Ich hab insgesamt 42. Ja, gegen ein, zwei Reserven-Magazine würde ich nix anwenden. Äh... Ja, 80. Wow, dankeschön. Ey, brauchst du einen Vierfach-Sucher, Jenny? Äh, ich hab zwei Stücken. Also wenn nur... Ja, du auch. Ich hab... Ich hab noch einen übrig. Wir reichen 2,2 gut. Ich hab so viele Visiere, dass sogar meine Pistole in Rotpunkt hat. Ja, sollen wir weiter? Ja. Ja. Ich würde ganz gerne... Nee, zu Fuß. Aber ich würde ganz gerne aus der Stadt raus. Sollen wir in das machen? Können wir in das Haus rein gehen und mal von oben gucken, oder? Ich würde gerne noch hier hinschen. Fällt mir die ganze Zeit ein, dass ich ein Auto höre. Ich auch. Das ist aber, glaub ich, ein Zaunpack. Hier hinten zur Polizeistatio. Oh, Schuss auf mich. Oder und gezielt und sehr weit weg, glaub ich. Ja, am Stein oben. Wir sind hier am Stein oben. Ähm, Süd. Gekillt, direkt tot. Sehr gut. Okay. Das heißt, der hatte keine Te-Mails mehr. Anscheinlich. Oder du hast den wirklich sauber hingerichtet. Äh, nee, das wär trotzdem ausgenockt. Außer ich hab... Pädomantel. Außer, ähm, Pädomantel? Was? Den Begriff hab ich jetzt auch das erste Mal gehört. Das ist schön. AAAAAH! Marci! Bitte, wir sind da gerade in eine erste Post-Runde. Er schreit mich auch gleich an, ne? Er schreit mich auch gleich an. Ich bin sensibel, das weißt du doch. Nee, ich bin grad reingekommen. Äh, äh, ja. Ja. Ja, echt mit mir. Meine hübschen. Velga, Jenny und Julia. Ja, komm ich schon. Ja, komm ich schon. Ja, komm ich schon. Ja, ich würde sagen, wandern wir mal weiter Richtung Mitte der Zone rein, ne? Ja, ich würde sagen, wandern wir mal weiter Richtung Mitte der Zone rein, ne? Ja, irgendwie so, ne? Hm? Ach ja, alles... ... oberhalb Prisons ist wieder zu kratzen, aber gut. Oh, Airdrop ist sehr weit weg von uns runtergekommen. Der, der Airdrop interessiert mich schon bloß und teils gar nicht mehr. Nee, ich nehm das ja mal aus Indiz, wo Leute vielleicht zusammen. Hallo! Hallo! Dein größter Fan. Ich präsentiere... Velga! Ist ja gut, ich bin ja da. Geht sie gut? Ja, dir? Ja, jetzt schon, ne? Ist schön. Ja. Schüsse oder ein Auto? Ja, das klingt ja auch sehr ähnlich. Was spiele ich denn jetzt? Ah, Schnellwechsel. Das kann ich nicht von der AR brauchen. Vertikale Handgriff, das kann ich auch. So. Auf der PUBG, Ivy. Hallo, ihr Lieben. Nee, PUBG spiele ich nicht. Bist du mit deinem Stream schon durch, oder? Nee, wir spielen jetzt mal ein anderes Spiel. Ach so. Hört der Stream jetzt mit, oder? Ist er? Ich glaube, oben bei dem Haus. Ich glaube, oben bei dem Haus. Mhm. Wir werden jetzt etwas Mühnekraft spielen, glaube ich. Ja klar, läuft Velga hin. Klar. Auto? Nee, Velga hält es für besser offenbar zu beschissen hin zu rennen. Yolo. Das ist die beste Idee, wie die man auch machen kann. Ja, sagen wir auch auf. Ja, machen wir. Hier liegt zum Beispiel noch eine M4. Ist ja nicht so, dass ich noch eine hätte, aber... Jede Menge Muni. Jo, lof. Oh, gute Zauhne. Keine Muni mehr mit dir. Ich spiele nie mehr Kraft. Ja, da waren wir die Tage bei Nebel oben. Da hat man ja gar nichts mehr gesehen. Ich sehe da oben leider nicht wirklich was. Also hier in dem Haus sind wir vorne in der Zone. Ja. 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 Jetzt habe ich mir die Katze knicken. Ja. Ist er nicht schön, ist er nicht wunder wunderschön. Hier liegt eine K. iewie ist neidisch. Oh. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ok, jetzt die Frage, will ich eine K als Sniper Waffe haben bei einer Vierfachsuche? Aber das... Mit Vierfachsuche geht´s, mit 8 an nicht. Nee, aber ich hab eine... Ich hab eine, ich habe eine Car, ich habe eine M16 und eine Scar. was mache ich denn jetzt ich nehme den xbox controller in die hand für minecraft jetzt jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los oder hat noch einer pedo man habe ich habe einen roten pedo man was kostet denn dieses 30 euro mindestens wenn ich weniger ich glaube ich glaube bei mcm mmo ga ist es momentan wieder gerade geschossen deswegen soll ich mir packt sie wohl gerne fragen das ist keiner da jetzt du und shooter weiter oder wollen wir noch ein bisschen camp ja wir sollten eigentlich weiter zone lang war noch nicht von der blauen zone eingeholt werden auto weit weit rechts von uns aber bei himmels richtung bitte ja ist also südwest aber weit weg du bist so weit ich habe die menschen noch was los ich habe nur etwas verkauft ich habe erst mal wieder ein fünfer recht mal die geilsten warum immer rechts warum rechts dabei links wahnsinnig ja wo was es war ja ich werde gerade mit vollem anlauf die klippe runter hier rechts oder links ja jetzt juckt mich in meinen ellenbogen scheitert schüsse aus richtung süden ich präsentiere ihn gerne mein mann also dein mann noch mal gerettet ja und dein schwager also dachte der richtige weißt du ab und zu habe ich wenn ich schatz gesagt habe dann das ist ja ich glaube ich glaube ich glaube ich bin links von euch da steht noch ein auto auf aber warum lecken wir alle juni ja ich komme zu kuscheln vorbei auch kommen immer tust rallala die büsch ich glaube dass hier wirklich der soundpack ist bei der runde es sind noch 24 also 20 gegner ich reine in die andere weit weit im süden schüsse darf ich berger weitlisten wo wir auf dem berg fänden mag ich nicht durch den ost wir müssen irgendwie leute wir müssen aber das jetzt mal hin doppel airdrop oder was wird auf dich geschossen welker auf mich wird nicht geschossen die schüsse sind nämlich nicht mal zu weit weg da ist eine awm drinnen alles klar danke ne was awm das stärkste also da ist der nachfachsuche als wenn da oben in den in den gott kind im haus da wir stehen hier ein bisschen zu viele autos und das ist ein buggy und dacia und da war es noch ein dacia ja da hinten ist der airdrop runtergekommen wir stehen hier einfach hier zu frei wer raschelt denn da deine frau wir sind am airdrop am airdrop am airdrop am airdrop ich sehe keinen direkt in der kiste da sind ein paar drüben ein ausgemacht wir sind hinterm berg jetzt beim airdrop ja wir sollten uns besser mal eine gute position zum verteidigen suchen tony wird schon verdammt klein ja ich möchte gerne in den turm dann mal gucken folgt mich jemand ja ja dann aber gleich drüber zum tor respektative glaubt da sitzt jemand oben drinnen ja 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 warte ich mal rein ist auch mal etwas und nö sauber aber wir haben die tür rausgeblasen welcher bei dir noch alles klar ja ja hitte die da gerade hart am baum helmstufe 2 äh so warte jetzt ja aber ich gedacht dass da jetzt wer drinnen ist aber auch wie erschützt es auf dem berg jemand oben ist äh das ist ne scheiß position hier ja BOT wo von irgendwo aus richtung osten circa hallo dh 1 2 3 4 5 herzlichen willkommen oh mein gott eh von wo auf dem berg ne die schnur auf dem berg ne die schnur auf dem berg äh von zwei seiten ausgenockt nach lan nach lan nach lan ich nehm mal verband auch wenn es sinnlos ist hier wo auf dem berg zwei kids gott ein ja 700.000 dh geht nicht ja ich geh schon da fährt ein dacia den berg runter so ich muss jetzt mal meinen ah drei rucksack nehmen wir das nehmen wir das nehme ich das nehme ich da komm schon komm schon komm schon komm schon sind nur noch vier gegner ja warte ich push mich mal schnell hoch alles rein was geht drei gegner die sind alle beim airdrop hinten ja sollen sie sich doch fetzen ja das ist jetzt wahrscheinlich nur noch ein team ich hab beim airdrop habe ich zwei gekillt das ist entweder jetzt ein 2 2er oder ein 3 1er ok zwei gegner er hat auch bis wo gelandet äh genau westen sehr kurz kommt ihr rein in die zone belga einer noch übrig irgendwo so er war alleine war sofort tot ich hab ihn gekrätzt ok belga rein in die zone ja ist gut du weißt wie schnell ich das kriegen kann ich push gerade mal oben von wo oben auf dem berg ja sauber kein einzigen kill heute fünf kills drei kills angehbar aber chicken dinner ja 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 ja